Dieses Dribbling müsst ihr lernen, Leute. Es ist die Basis für alles andere. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Ihr ahnt es wahrscheinlich, heute geht es um ein ganz wichtiges Dribbling. Es ist eigentlich das fundamentalste Dribbling, das es in EAFC gibt. Also das es eigentlich die letzten Jahre immer schon gegeben hat. Es ist das Zickzack-Dribbling. Es ist ein Tutorial, was ich jährlich mache und es ist ein Tutorial, was ich auch jetzt wieder machen möchte. Das hat den Grund, weil ich diesmal ein bisschen länger gewartet habe darauf und ich habe gemerkt allerdings, dass viele Leute noch Probleme mit diesem grundsätzlichen Dribbling haben, wie sie ihre Spieler bewegen. Ich merke das anhand dessen, dass mich viele fragen, wie ich so smooth herumdribble über das Spielfeld und vor allem im Strafraum und ich antworte immer gleich mit dem Zickzack-Dribbling und daran sehe ich, dass viele es noch falsch machen und wie genau es funktioniert und was ihr damit dann alles bewirken könnt, das zeige ich euch jetzt. Ich verlose übrigens auch diese Woche eine 50-Euro-Karte, Leute. Alles, was ihr machen müsst, ist mir auf Instagram zu folgen und dort das neueste Reel zu liken und mit Never Give Up zu kommentieren und eurer Wunschkarte. Viel Erfolg! Ihr seht, ich habe jetzt im Hintergrund einige Szenen für euch vorbereitet, um euch das nochmal zu zeigen, wie genau dieses Zickzack-Dribbling funktioniert und wie fundamental es wirklich ist. Also Leute, es ist die absolute Basis für alle anderen Dribblings. Ihr seht überall auf YouTube so krasse Dribbling-Tutorials, das L1-Dribbling, das R1-Dribbling, dann die verschiedensten Skill-Moves, die man machen kann, aber was dem Ganzen vorausgeht, ist das Zickzack-Dribbling und für die ganzen Pros und für die richtig guten Spieler ist das eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit, aber für viele von euch da draußen ist es das eben nicht. Und vielleicht fragt ihr euch, warum sich eure Spieler manchmal extrem schwerfällig bewegen, abgesehen von den Servern natürlich. Das liegt daran, dass ihr euren linken Stick nicht richtig einsetzt. Und was ihr für dieses Dribbling braucht, ist nichts weiter als euren linken Analog-Stick. Das war's. Mehr ist da nicht. Allerdings ist eine wichtige Kunst dabei, nämlich wie ihr euren linken Stick bewegt, damit der Spieler sich so quirlig bewegt, um danach eben das L1-Dribbling, das R1-Dribbling, die ganzen Skill-Moves, alles einsetzen zu können. Und das ist super wichtig und für viele erscheint es selbstverständlich, selbstverständlich, aber Leute, das ist es nicht und ich zeige euch jetzt anhand dieser Szenen, wie genau ihr das verwenden müsst und wie wichtig es denn wirklich ist. Wir gehen jetzt in die erste Szene hier hinein und ihr werdet gleich sehen, wenn ich anfange hier mit Lorente zu dribbeln, der nicht der größte Dribbler ist hier, dass ich das vor allem hier auch, sagen wir mal, im Mittelfeld nutze und im Spielaufbau, aber auch im Strafraum. Also eigentlich nutze ich es überall. Egal wo ich stehe, egal wo ich bin, ich nutze das Zickzack-Dribbling, um Abstand zu schaffen vom Gegner, um den Ball abzuschirmen vom Gegner und um am Gegner vorbeizukommen und vielleicht einen Skill-Move anzusetzen. Also, wie ich gesagt habe, fundamental, es geht allem voraus, es ist das absolut Allerwichtigste, bevor der Rest da kommt, das ist alles ein Zusatz. Wie ein Baumstamm mit seinen ganzen Ästen und Wurzeln. Die Äste und die Wurzeln, die existieren nicht, wenn es den Baumstamm nicht gibt. Und das Zickzack-Dribbling, das ist der scheiß Baumstamm. You understand what I'm saying to you right now? That's the Spirit. So, dann gehen wir jetzt eine. Okay, wir sehen hier Lorente, der sich hier hin und her bewegt. Ihr seht, ich lasse die erste Szene laufen, dass ich jetzt hier unterwegs bin und dass ich mich hier so quirlig bewege mit Lorente. Habt ihr das gerade gesehen, dieses Hin und Her? Ich bin jetzt hier im Strafraum mit Barnes, mache jetzt einen Skill-Move. Ich nenne den den sogenannten Miyagi-Twist. Das ist ein neuer Move in dem Fall, jetzt in EAFC. Also diese Drehung, dazu kommt auch noch ein Tutorial. Ich nenne ihn persönlich den Miyagi-Twist, weil ich ihn sehr gerne und schon sehr lange mache, also seit es ihn gibt eigentlich und wie der ausgeführt wird und alles. Da gibt es ein weiteres Tutorial dazu oder ihr achtet oben auf den Controller, während ich es mache. Aber ich möchte hier einmal zurückgehen und euch kurz zeigen, was genau hier passiert. Und zwar, wenn ich mich hier jetzt bewege, ihr seht, das Lorente, allein hier schon, ja, wenn ich mich hin und her bewege, da setze ich das R-Reinstribbling an. Ihr seht das oben, ja. R-Reinstribbling. Ich laufe hier und wenn ich dann jetzt hier bin, Achtung, jetzt gleich. So, diese Bewegungen hier, dieses Links und Rechts, während der Gegner an meiner Backe klebt hier, ja. Der pickt an mir und will sich den Ball holen. Diese kurzen, flinken Bewegungen, das ist das Zick-Zack-Dribbling. Das mache ich immer, um mir erstmal Abstand vom Gegner zu schaffen, um ihm den Rücken zuzudrehen und um ihn zu täuschen. Diese Täuschungsmanöver links, rechts, der Gegner kann dann schwer antizipieren, was ich als nächstes mache. Und deswegen mache ich das immer wieder gerne. Und jetzt kommt der Schlüsselpunkt zu dem Ganzen. Ich halte jetzt mal hier. So, wie funktioniert das Zick-Zack-Dribbling? Wir haben ja gesagt, linker Stick. So, aber was genau muss man machen? Einfach nur den linken Stick irgendwo hin? Nicht unbedingt. So, was viele falsch machen, und das zeige ich euch jetzt hier kurz mal, ich springe mal in die Szene weiter hier. Ihr seht jetzt, was ich gleich mit Barnes machen werde, hier im Strafraum. Das mache auch ich manchmal, wenn der Gegner sehr krass auf mich drauf düst und ich mich schnell drehen möchte. Das hier, okay? Okay, ich drehe mich jetzt. Habt ihr gesehen, dass diese Drehung ein bisschen klumpig war? Ja, der braucht zehn Jahre. Da denkst du, ich trinke einen Kaffee und hab den immer noch, ja? So, diese Bewegung war so klumpig. Warum? Weil ich den Stick einmal um 180 Grad bewegt habe, von oben nach unten. Na klar, dass er da zwei Jahre braucht, ja? Wenn ich den Stick also gravierend verändere, von oben nach unten oder von links nach rechts. Und viele machen bei ihren Dribblings aber sehr kranke Bewegungen, wie zum Beispiel, wenn wir in Gradwinkeln reden. Also das ist jetzt von oben nach unten 180 Grad, ja? Bin jetzt kein großer Mathematiker, aber das kenne ich, ja? Also wir haben hier eine 180 Grad Drehung. Und was viele aber machen, ist auch so mindestens 90, über 90 Grad bis 180 Grad hin. Also so 130, 140, 150 Grad, ja? Braucht man nicht übertrieben fein drauf achten, aber ihr wisst, was ich meine. Zu kranke Bewegungen in der Drehung. Und deswegen erscheinen die Drehungen klumpig, ja? Ihr seht es auch hier, wenn ich mich drehe. Schaut mal, schau mal die Bewegung hier, wenn ich eins zurückgehe. Achtung, so, klumpig, klumpig und jetzt schneller. Habt ihr es gemerkt? Die dritte Bewegung, die ist zackiger als die anderen Bewegungen. Zwei klumpige, eine schnelle, ja? Und was genau geschieht hier? Ich möchte dazu sagen, ich mache auch manchmal klumpige Bewegungen. Es kommt immer auf die Situation an. Aber die meiste Zeit, wenn ich jetzt kann, vor allem im Spielaufbau und auch im Strafraum, so gut ich kann, mache ich diese Zickzack-Bewegungen, weil das viel besser funktioniert. Der große Unterschied ist, wenn wir jetzt hier zurückgehen und ich laufe jetzt hier. So, ich drehe mich jetzt weg, klumpig. Ihr habt das gesehen, 180 Grad. So, schaut mal jetzt drauf, wie ich mich hier bewege, ja? Schaut mal jetzt drauf, wie ich hier, der Stick kommt gar nicht hinterher mit der Geschwindigkeit, wie ich mich bewege. Auf jeden Fall, es geht darum, ich gehe jetzt hier lang und mache hier eine kleine Bewegung hierher. Und dann wieder eine kleine Bewegung hierher, ja? Ja? Das heißt, ich mache eine Bewegung ungefähr 90 Grad. Besser weniger. Je weniger, desto besser. Das heißt, wenn ich diese Bewegung fan mache, also quasi von oben ein bisschen nach rechts, dann wieder nach rechts, dann wieder nach links, dann seid ihr zackiger unterwegs, ja gut, zick, zack, als wenn ihr eine große Bewegung macht. Und so kommt ihr an den Gegnern gut vorbei, dieses zick, zack, 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 zack. Und dann habe ich den Raum, kann passen, kann mich drehen, kann weiß Gott was machen. Das seht ihr nämlich in den nächsten Situationen mit dem weiß Gott was. Und was ich gerne mache, ist danach einen Skillmove anzusetzen zum Beispiel, oder einen entscheidenden Pass. Ihr seht es auch hier, diese Bewegung. Schaut euch mal an, wie dynamisch ich mich hier bewege. Jetzt schauen die Leute meine Streams und fragen sich, wie machst du das, dass du hier so zack, 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 bam, 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 papier, bam. Und dann hopp, zu, druckvoller Pass und Tor. Wie machst du das mir? Erzähl mir mehr. Und die Leute glauben, ich mache hier, keine Ahnung, verschiedenste Tastenkombinationen. Dann sagst du, naja, ich bewege eigentlich nur den linken Stick. Ja, aha, interesting. So, und darum geht es im Prinzip. Das heißt, ihr seht in der Situation im Strafraum, wie gefährlich das sein kann. Vor allem, wenn ihr danach einen Skill-Move ansetzen wollt. Ihr macht mit dem die Vorbereitung auf alles andere. Auf L1-Dribbling, Auf R1-Dribbling, Auf die Skill-Moves und alles. Ihr seht, ich bin jetzt hier und mache hier diese Bewegung weg vom Gegner. Schau mal, weg und dann ganz kurz hier rüber. Achtet bitte immer auf den Controller, was da passiert. Schau, von da nach da unten und wieder nach unten. Und dann setze ich den Move an. Das heißt, ich habe hier eine Bewegung, zweite Bewegung und dann dritte Bewegung. Und dann kommt der Move. Ich cutte die Bewegungen. Und diese Feinheit bringt eben diese Beweglichkeit. Je beweglicher eure Spieler sind, natürlich mit krasserem Dribbling, desto krasser funktioniert es logischerweise. Aber das ist im Endeffekt die ganze Chemie. Es ist nicht mehr. Ich habe jetzt gleich noch ein paar mehr Szenen, um euch zu zeigen, wie gut das funktioniert und welche Situationen. Aber ihr seht, man kann danach einen Skill-Move ansetzen zum Beispiel und das Brachial ausnutzen. Und wenn ihr dieses Zick-Zack-Dribbling und auch vieles mehr live und in Action erleben wollt, mit mir zusammen, dann kommt in meine Streams und in die packende Abendunterhaltung. Und fünfmal die Woche, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag, 21 Uhr findet ihr mich auf Twitch in den Livestreams. Da gibt es unter der Woche Rivals Grind aus der Hölle, viele Packs, die wir aufmachen, Weekend League Quali und natürlich Freitag und Sonntag gibt es die Weekend League mit zwei verschiedenen Accounts. Es ist so geil, es macht Spaß. Man lernt ganz, ganz viel. Und vor allem, wir chillen einfach ein bisschen. Ich rate euch, schaut vorbei. Ihr verpasst wirklich sonst etwas. Ja, ich freue mich auf euch. Wir schauen uns die dritte Szene an. Ja, ihr seht, ich mache einen Druckvollen Pass in die Mitte, bin jetzt hier mit Smith unterwegs, mache hier einen Drag-Back-Fake und hier, schau mal, ich drehe mich um den Spieler, oh man dumm, nur mit Zick-Zack-Dribbling und schieße ein Tor. Was ist hier passiert? Schauen wir es uns an. Ja, ich mache also hier einfach nur ein paar feine Bewegungen um den Gegner, oh man dumm. Ja, mehr ist da nicht. Und das reicht oft auch aus. Wisst ihr, wann es noch krasser ist? Achtet auf den Pfeil des Gegenspielers oben am Kopf. Wenn ihr seht, er ist aktiv an euch am Start, geht es noch viel besser, als wenn er passiv den CPU-Spieler da stehen lässt. Machen ja viele, ne? Für immer könnt ihr hinten eine mit der Reins hinschicken und dann, ja, mach einmal, ganz entspannt. Ich sitze da, 90 Tiefe, Abwehr schiebt auf. Mach ruhig, da macht der Dribbling und so. Gibt auch solche. Ja, und dann gibt es natürlich auch Wege, aber auch da ist Zick-Zack-Dribbling fundamental, um sich wegzubewegen vom Gegner. Nur wenn ihr merkt, vor allem im Strafraum, dann werden die Gegner panisch in einer 1-gegen-1-Situation. Uh, was mache ich jetzt? Uh, 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 uh. So, und jetzt fangt ihr an. Hop, 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 hop. That's it. Mehr ist nicht, ja? Und ihr seht das auch beim Dribbling hier oben, wie ich mich bewegt habe beim Controller. Ja, ihr seht die Fan-Head. Seht ihr das? Seht ihr das? Das waren nicht mal 90 Grad. Schaut mal. Von hier, Achtung, von hier, ja, dreimal jetzt. Ich stoppe jetzt richtig. Come on, Baby. So, also, jetzt gehen wir nach oben. Achtung, jetzt bin ich oben. Ihr seht das? So, jetzt hier, zack. So, es sind nicht mal 90 Grad, die ich mich bewegt habe. Und hier wieder, Achtung, schau mal. 45 Grad und wieder 45 Grad. 45, 45, 45. Und abracadabra, simsalabim, bin ich am Gegenspieler vorbei, schieße das Tor. Das ist die hohe Kunst. Learn it, love it, live it, Baby. So, nächstes Tor. Ich habe jetzt hier, glaube ich, eine Drag-Back-Kombo gemacht. Das wollte ich euch hier zeigen. Ihr seht das. Papp, papp, weg vom Gegner. Wieder, zweimal. Ich passe in den Strafraum hinein und gleich, papp, papp, und stehe hier. Warum mache ich nicht einfach 180 Grad? Weil ich dann wie ein alter Opa bin. Ja, auch mit Rodman bin ich halt eine alte Oma. Ja, das heißt, es bringt mir nichts, einfach nur nach hinten zu drücken, wenn ich in den Strafraum passe. Weil das braucht ewig und der kann mich dann pressen. Sondern ich mache 1, 2. Und jetzt bin ich hier und kann danach zum Beispiel in den Drag-Back ansetzen. Wupp, habe jetzt ein bisschen Pech natürlich, dass der Ball abgefangen wird. Nutze es dann richtig mit der Ballrolle, schieße das Tor. Aber beim nächsten Mal habe ich es jetzt besser gemacht. Schau mal, druckvoller Pass. Achtung, wieder weg. Und so. I destroyed him completely, didn't I? That's the Spirit. Wir schauen es uns nochmal an. Das war die letzte Szene. Ihr seht alle anderen Szenen, es gibt so viele Szenen, ich hätte euch alles zeigen können, aber ich will euch nicht 30 Minuten vollquatschen. Ja, auch wenn ich gerne quatsche. Ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden, Leute. Wenn ihr hier zum Beispiel mit dem Druckpass nach vorne passt, zack, schau mal, annehmen, wegbewegen. Ihr seht das, in Schritten wegbewegen. Zack, zack. Es sind zwei Schritte. Merkt ihr das? Es sind zwei Bewegungen, nicht eine. Schau, bam, bam. Und ich habe immer volle Kontrolle und kann sofort den Skill-Move ansetzen. Wenn ich ja den mache, ist, und der Gegner kommt, ja, brauchst nicht nochmal erklären. Und dann, zack, den Dragbag nach hinten und, boah. Zu dem Dragbag mache ich auch noch ein Tutorial, das ist so sexy, Leute. Ihr seht oben die Eingabe, der geht wieder richtig gut. Wenn ihr euch wegbewegt und dann aktiviert ihr, hier seht ihr es oben, den Dragbag aktiviert ihr mit L1 und R1 gleichzeitig drücken und dann den linken Stick in die gewünschte Richtung. Das heißt, wenn ihr nach hinten ziehen wollt, ja, 180 Grad entgegen der Laufrichtung, dann zieht ihr den, ah, a dream, ja, rein damit. Und so habe ich jetzt back to back wieder 13-1 geholt in der Weekend League. Es hat gut funktioniert alles. Ich habe einmal verloren gegen ein 5000-Euro-Team, Fünferkette, Meta, super Bug-Abusal-Chicken, ja, super gespielt hat er natürlich auch und da hat es einfach nicht gereicht in dem Fall, aber ich bin sehr zufrieden. Und das sind Aufnahmen aus der Weekend League. Ihr seht, es funktioniert, ihr seht, es läuft. Es braucht manchmal nur die Basics, abgesehen von diesen ganzen Skillern und alledem. Das ist alles ein Zusatz, wie die Äste auf den Bäumen, wie ich euch gesagt habe. Der Baumstamm ist das Zickzack-Trippling. Und vielleicht kommt ja jetzt der ein oder andere und sagt, ja, aber mir ist ja, ey, wenn die Server so kacke sind, dann ist das ja fast unmöglich, das zu machen, ne? Nein, es ist nicht unmöglich zu machen, es ist schwerer, aber es ist trotz allem fundamental. Es ist super wichtig, Leute, weil bei mir ist 90% der Zeit eine verkackte Verbindung und ich habe diese Szenen hier erstellt aufgrund der verkackten Verbindung. Sonst hätte ich das ja alles nicht machen können. Und ich sage euch eins, wenn ich es kann, dann könnt ihr es auch. Right? Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieses Videos angelangt. Ich bin mir sicher, das wird euch helfen, euer Spiel weiter aufzubauen. Es folgen jetzt bald noch viele weitere, richtig, richtig geile Tutorials, wie zum Beispiel zu dem Miyagi-Twist, den ihr da gesehen habt, wie zum Dragbag und zu vielen anderen Geschichteln, die ich jetzt auch immer wieder in meinem Spiel mit eingebaut habe und verursacht vor allem durch das Zickzack-Tribbling. Und wenn euch dieses Video hier geholfen hat, dann bitte ich um einen Daumen nach oben. Ihr wisst, Support ist kein Mord, Leute. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke für mehr FC25-Videos, Tipps, Tricks und Tutorials. In der Videobeschreibung findet ihr den Weg zu meinen Socials, also auch zu Instagram. Ihr wisst, da läuft jetzt wieder bis zum Ende der Woche das Gewinnspiel. Ihr könnt eine 50-Euro-Karte gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, einmal mir auf Instagram folgen, das neueste Reel liken und dort kommentieren Never Give Up und eure Wunschkarte. Das war's. Und am Ende der Woche gewinnt dann eine 50er. Ja? Und was ihr dort auch noch findet, ist natürlich den Weg zu den grandiosen, wunderbaren, supergeilen Livestreams. Baby. Ja? Und die machen richtig Spaß und sind sehr lehrreich. Fünfmal die Woche, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, 21 Uhr findet ihr mich da in alter Frische. Ganz viel Action, ganz viel Spaß. Da müsst ihr selber dabei sein, um es zu sehen und immer wenn ihr dann zum ersten Mal kommentieren solltet, erstes Mal auch dabei sein solltet, dann sehe ich es, es wird dick und fett angezeigt. Das habe ich so eingestellt, damit ich euch herzlich begrüßen kann. Da können wir live dabei sein und ihr könnt mir Fragen stellen. Wie cool ist das denn? So, und jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich sage danke fürs Zuschauen, ganz viel Spaß beim Umsetzen und rockt die Bude. Das war's für heute und wir sehen uns wie immer beim nächsten Tutorial. Tschüss! Bis dann!